Guten Tag und willkommen zur Tagesschau Mittag. Das sind drei der Themen zur Stunde. Gegen den Fachkräftemangel eine neue elektronische Jobbörse vermittelt dringend gesuchte Spezialisten. Es ist irgendwie paradox. In vielen Ländern Europas suchen viele Menschen verzweifelt nach Arbeit. Und beinahe ähnlich verzweifelt suchen in Europa viele Firmen nach qualifizierten Fachkräften. Arbeitslosigkeit und Fachkräftemangel sind also gross. Eine der Hürden, die ein Zusammenfinden von Arbeitssuchenden und Firmen über die Landesgrenzen hinaus erschwert, sind unterschiedliche Diplome und Abschlüsse in der Berufsausbildung. Diese Hürde will die Internetplattform Q4Europe nun überwinden. Anstatt auf tolle Lebensläufe mit schönen Abschlusszeugnissen setzen die Initianten von Q4Europe auf die fachlichen Fähigkeiten der Arbeitnehmer und vor allem auf die praktische Erfahrung, welche sich die Fachkräfte in ihrem Beruf bereits erworben haben. Das ist die Sprache, die jeder Unternehmer, egal in welchem Land, versteht. Q4Europe ist aber auch eine interessante Plattform für Unternehmer, die Fachkräfte suchen über die Schweizer Grenze hinaus in ganz Europa. Der Arbeitgeber hat auf diese Art die Gelegenheit, Fachkräfte auf der beruflichen Qualifikation direkt zu finden. Bislang bestand diese Möglichkeit vor allem im Bereich Metallbau. Die Testphase ist nun abgeschlossen. Weitere Branchen sollen die Plattform ergänzen. Getragen wird das Pilotprojekt von Fachverbänden aus der Schweiz, Deutschland und den Niederlanden. Firmen, die ihre Arbeitskräfte auf der Plattform qualifizieren, müssen nicht befürchten, dass ihre Fachkräfte nun plötzlich abgeworben werden. Ich sage immer, gute Unternehmer, ob Deutschland, Österreich, Holland, wo auch immer, die behalten ihre guten Mitarbeiter. Gute Unternehmer finden aber auf der Plattform gute Mitarbeiter und vielleicht wird der eine oder andere Unternehmer motiviert, auch noch so gut zu werden, um eben dann auch von diesem guten Potenzial nutzen zu können. Finanziert wird die Plattform von den Firmen, die sich auf Q4Europe als attraktiver Arbeitgeber präsentieren können.